Eine Ode an die Kaffeebohne. Sie ist wohltuend, wohlreichend, man fühlt sich willkommen, man ist in guter Gesellschaft. Sie tut aber auch gut, am Morgen Kaffee gibt einem Energie für den ganzen Tag. Sie kann aber auch die schlechten Gerüche vertreiben. Tut man sie in einen Skischuh, ist am nächsten Tag wie neu. Oder ihr habt Raclette gegessen, stellt den Kaffeesatz in die Stube und die Stube riecht am nächsten Tag wieder wunderbar. Also die Kaffeebohne, die ist kraftvoll, die ist stark und die kann andere Gerüche neutralisieren. Weil für uns Dufte mit Emotionen und Erinnerungen gekoppelt sind, möchte ich den Kaffeeduft heute mit einer Wahrheit von Gott verknüpfen. In der Bibel steht, im 2. Korinther 2,15 Ja, weil Christus in uns lebt, sind wir zur Ehre Gottes ein Wohlgeruch, der sowohl zu denen dringt, die gerettet werden, als auch zu denen, die verloren gehen. Du und ich, wir alle sind ein Wohlgeruch zu Gottes Ehre in unserem Umfeld. Mit diesem Wohlgeruch ist eine Stimmung, eine Atmosphäre gemeint, die prägt ist von Liebe, von Annahme, Geduld, Vergebung und Wertschätzung. Und darum nehmen wir doch jeden Morgen wieder neu eine Dosis von Gottes Kaffee und sind ein Wohlgeruch in unserem Umfeld.